Glamour, liebe Rosenkriege. Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert. Bunte Menschen, der Promi-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer, Redakteurin bei Bunte. Und heute sprechen wir über Tennis-Ikone Boris Becker. Denn der hat sich zum dritten Mal getraut. Ganz romantisch gab er seiner Lilien in Italien das Ja-Wort. Aber wo fand die Traumhochzeit statt? Welches Kleid trug die Braut? Und warum waren nur zwei seiner Kinder dabei? All das will ich heute mit meiner lieben Kollegin Stefanie Göttmann besprechen. Denn die kennt alle Details. Aber bevor wir über die Hochzeit sprechen, schauen wir erst mal, was bei unseren Stars und Royals sonst noch so los war. Werbung Es gibt News von Rapper Sido. Bunte hat exklusiv erfahren, dass Sido und seine Freundin Georgiana Stumpf zum ersten Mal Eltern werden. Der 43-Jährige ist ja schon seit vier Jahren glücklich mit seiner Freundin. Und Gia, wie sie sich auch nennt, ist nicht unbekannt. Sie ist unter anderem als Twitch-Moderatorin tätig, also einer Video-Livestream-Plattform und hat immerhin stolze 30.000 Follower auf Instagram. Offiziell haben die beiden ihre Liebe zwar nie gemacht, aber man sah sie immer wieder zusammen in Berlin auf Instagram und einmal holte der Musiker sie sogar mit auf die Bühne. Für ihn zog die 33-jährige Gia sogar 2021 nach Berlin und mittlerweile leben die beiden in Brandenburg. Und ehrlich gesagt könnte das Patchwork-Glück auch nicht besser laufen. Aus der langjährigen Ehe mit Moderatorin Charlotte würdig hat Sido ja zwei Söhne. Und Gia soll sich bestens mit Sidos Ex und den gemeinsamen Kindern verstehen. Im Frühjahr waren alle sogar gemeinsam im Disneyland. Das hat Sido auch auf Instagram gepostet. Ja, und nun vergrößert sich die Familie. Und daraus will die Streamerin auch kein Geheimnis mehr machen. In Berlin wurde sie jetzt gesichtet. In einem grünen Cut-Out-Einteiler hat sie ganz stolz ihren Babybauch betont und schlenderte mit ihrem Liebsten durch die Stadt. Wir sind auf jeden Fall jetzt schon total gespannt, ob wir bald ein erstes Babyfoto sehen werden. Ja, und besonders haben wir uns über die schönen Nachrichten aus England von Prinzessin Kate gefreut. Vielleicht hat es der ein oder andere schon mitbekommen. Die 42-Jährige hat ihre Chemotherapie abgeschlossen. Und ja, diese frohe Nachricht hat die zukünftige Königsfamilie in einem wirklich bewegenden Video verkündet. Darin hat man Kate mit ihrem Ehemann William gesehen und natürlich den gemeinsamen Kindern George, Charlotte und Louise. Und Kate wirkte irgendwie sehr nachdenklich, aber gleichzeitig auch total glücklich und befreit. Und man hatte auch wirklich das Gefühl, dass sie körperlich wieder fit ist. Denn sie tobte mit ihren Kindern durch die Dünen am Strand, was unglaublich süß war. Aber auch wenn der Körper der Prinzessin nach der strapaziösen Chemotherapie langsam wieder stärker wird, ist sie leider noch lange nicht über den Berg. Und das hat sie auch in dem Video bestätigt. Sie sagt, obwohl ich die Chemotherapie abgeschlossen habe, ist mein Weg zur Heilung und vollständigen Genesung noch lang. Und ich muss jeden Tag so nehmen, wie er kommt. Das stimmt natürlich, denn der Krebs kann jederzeit zurückkehren. Alle drei Monate muss sie jetzt zu einer Untersuchung. Nach einem Jahr wird aus dem Vierteljährlichen ein halbjährlicher Checkrhythmus. Und erst nach fünf bangen Jahren gilt sie dann als krebsfrei, also als geheilt. Ja, und jetzt muss Kate natürlich erst mal wieder zurück in ihr Leben finden und vor allem natürlich in ihren Alltag und in ihren Job. Sie sagt auch, ich freue mich darauf, in den kommenden Monaten wieder zu arbeiten und einige weitere öffentliche Auftritte zu absolvieren, wenn ich kann. Ja, und dieses Wenn ich kann ist, glaube ich, ein sehr wichtiger und besonderer Zusatz. Denn die künftige Königin von England sollte sich natürlich jetzt nicht zu viel zumuten und sofort wieder jeden Auftritt absolvieren und jeden Job annehmen. Wir freuen uns jetzt erst mal, dass sie diese schwierige Zeit überstanden hat. Und natürlich sind wir gespannt, wann der nächste große öffentliche Auftritt von Prinzessin Kate stattfinden wird. Und wir sind sicher, wir sind sicher. Und ich bin mir sicher, dass wir darüber im Podcast widersprechen werden. Boris Becker, unser liebster Tennis-Export, hat sich wieder getraut. Das Liebesleben von dem 56-Jährigen sorgt ja immer mal wieder für Schlagzeilen, vor allem in den letzten Jahren. Aber in letzter Zeit ist es doch ein bisschen ruhig um ihn geworden. Vor allem lag das an einer ganz besonderen Frau, nämlich der 34-Jährigen Lilian de Cavallo-Montero. 2019 haben sich die beiden kennengelernt, 2022 haben sich die beiden verlobt und sind nach Mailand gezogen. Und seitdem warten wir eigentlich alle sehnsüchtig auf die Hochzeit. Anfang September war es jetzt endlich soweit. Und meine liebe Kollegin Steffi Göttmann ist bei uns, denn die kennt alle Details. Hallo Steffi. Hallo liebe Barbara. Danke, dass ich bei dir sein darf. Ja, sehr schön, dass du da bist. Ich freue mich natürlich jetzt alles zu erfahren. Fang doch erst mal an zu erzählen, wo die Traumhochzeit eigentlich stattfand und wie lange diese ganze Feierei geplant war. Also die haben in Italien geheiratet, in Portofino. Warum Portofino? Naja, die wohnen in Mailand. Jetzt ja schon seit geraumer Zeit sind sie gemeinsam nach Mailand gezogen. Boris konnte ja nicht in England bleiben. Und Lilian hat italienische Wurzeln, hat lange in Italien eben auch selbst gelebt. Italienische Familie. Und das ist so ein Ort, Italien, wo sie gesagt hat, da fühlt sie sich so zu Hause. Das ist so ihr. Sie liebt die Natur, sie liebt das Meer, sie liebt Gärten. Und da hat sie eben lange gesucht, wo kann man heiraten. Portofino selbst kannte sie gar nicht. Und dann hat sie irgendwann zu Boris gesagt, ich habe so viel Schönes von Portofino gehört. Lass uns doch da mal hinfahren und das anschauen. Und dann sind sie im Februar eines Tages dann nach Portofino gefahren. Und das war Love at First Sight sozusagen, auch in die Location. Und da war dann relativ schnell klar, das ist der Ort, wo wir heiraten wollen. Und sie hat das ja auch alles, das Zepter in der Hand gehabt und das ist alles geplant. Es stimmt auch. Also ich kenne Portofino vor allem durch Instagram und TikTok, weil alle immer von dieser träumerischen Kulisse eigentlich schwärmen. Also es sieht ja wirklich paradiesisch, das ist das richtige Wort. Ich sage jetzt mal, Portofino jetzt ja selber ist ja winzig klein. Also darum konnte man Boris und Lilian da eigentlich auch nicht aus dem Weg gehen. Und der Hochzeitsgesellschaft ist ja ein ganz kleines Dorf, was sage ich mal im Sommer dann natürlich auch von den ganzen Touristenbooten überrannt wird. Aber die hatten auch ein Wochenende eben gewählt. Jetzt schon im September, da ist dann deutlich weniger los. Nicht mehr so heiß vielleicht. Nicht mehr so heiß. Bisschen Pech hatten sie ja tatsächlich mit dem Wetter. Es war ja diese Kaltfront vorher. Bei uns hat es ja geschüttet wie aus Kübeln. Und bei denen an dem Tag, bevor die Hochzeit losging, Freitag ging es ja los. Donnerstags war da auch noch Weltuntergangsstimmung. Und dementsprechend so ein bisschen frisch bei dem Fest. Aber die Sonne hat für das Paar geschehen. Ein Wochenende war geplant, am Freitag ging es los. Wo fand denn das Get-Together oder vielleicht auch der Polterabend statt? Also die haben das Ganze entspannt angehen lassen. Die Gäste waren in verschiedenen Hotels untergebracht. Die hatten ihr eine Handvoll Vorschläge gemacht, wo man unterkommen kann. Alles ganz tolle, luxuriöse Hotels. Und dann versammelte sich die Hochzeitsgesellschaft am Hafen in Portofino. Und das dauerte dann so ein bisschen. Also man ließ leicht auf sich warten. Aber dann kamen die beiden Überraschungen mit einer schwarzen Motorjacht in den Hafen. Haaren a la James Bond. Er stand da, sie im weißen Kleid mit so Polka-Dotts. Also traumschön, muss man sagen. Also ein Auftritt wie aus dem Hollywood-Film. Fuhren sie davor, wurden dann in Empfang genommen. Sie winkte dann in die Menge. Und dann wirklich herzliches Willkommen eben von ihren Gästen. Und dann sind sie von dort direkt ins Puni. Das ist, sag ich mal, das legendäre Restaurant in Portofino. Da haben alle Hollywood-Stars schon gefeiert. Und da haben sie ihre Vorparty gemacht. Das war jetzt nicht sonderlich wild. Das war ein gediegenes Abendessen, kennenlernen, eine bunte Mischung. Und da war dann auch, sag ich mal, vor Mitternacht war da eigentlich schon wieder Zapfenstreich. Und alle sind zurück, um sich dann für den nächsten Tag vorzubereiten. Man will ja auch frisch und gut aussehen an dem großen Tag. Das wollte die Leni wahrscheinlich auch. Ja, und dann ging es los. Also wo fand die Trauung statt? Und wie lief der Tag allgemein ab? Also das ging erst am Nachmittag eigentlich richtig los, gegen Abend. Am frühen Abend trudelten die ersten Gäste ein. Die haben nicht in Portofino selbst geheiratet, sondern einmal muss man ums Eck fahren sozusagen. Liegt eine fantastisch historische Klosteranlage auf dem Felsen mit Blick aufs Meer, mit so einer Art Renaissance-Garten, verwinkelten, verwunschenen im Innenhof. Eine zauberhafte, also wirklich Terrasse, wie aus einem Bilderbuch mit Blick über das offene Meer. Und vollkommen uneinsehbar für jedermann. Da konnten die also vollkommen ungestört feiern, ist da auch richtig krachen lassen. Das Brautpaar hat da auch gewohnt. Es gibt da so ein paar Zimmer, in denen man dienen kann. Da haben die sich auch vorher fertig gemacht. Boris hat Hilfe und Unterstützung von seinen beiden Söhnen bekommen, von den Älteren. Nur die waren ja auch da. Also Noah und Elias haben ihm beim Fitting geholfen. Er wiederum seinen Jungs. Da gibt es ganz süße Momente. Gab es da, wie sie die Fliege zusammengebunden haben oder die Krawatte, weil das nicht so richtig gleich geklappt hat. Dann ging es los am Abend. Liliens Vater, zur Überraschung, hat die beiden getraut. Ach, wie schön. Das ist ja persönlich. Ihr Vater, der ja Verteidigungsminister in Sao Tome war. Sao Tome, südafrikanischer Inselstaat. Da lebt auch er mit seiner Frau und eben weiterer Verwandtschaft von Lilien. Und das war im Innenhof dieser Klosteranlage. Außen herum in den Säulengängen saßen die Gäste. In der Empore oben spielte ein Gospelchor. Da wurde gesungen. Boris wartete dann zunächst natürlich auf seine Braut. Und dann ertönte Yellow von Coldplay. Wir alle kennen das aus Bridgerton. Eines der Themen aus Bridgerton. Und zu den Klängen von Coldplay schritt sie dann durch diesen Säulengang auf ihren zukünftigen Mann zu. Romantisch. Sehr romantisch, muss man wirklich sagen. Ist aber auch wirklich ein beliebter Song bei Hochzeiten. Yellow von Coldplay, muss man sagen. Und eine sehr schöne emotionale Traurrede gehalten. Aber auch Lilien und Boris selbst haben es sich ja nicht nehmen lassen, ein paar persönliche Worte zu sagen. Sie haben beide ein Ehegelübde von sich gegeben. Vielleicht kannst du da ja mal einen Einblick geben, was sie dann vielleicht jeder so gesagt haben. Weil ich sag mal so, Boris Becker kann ich mir eigentlich gar nicht so auf den ersten Blick als sehr emotionalen, romantischen Typen vorstellen. Aber wahrscheinlich schlummert es in ihm doch. Doch schon. Also das sieht man auch, wie die beiden miteinander umgehen. Es gibt auch ja Videomaterial von der Trauung. Und ich hatte da Einblicke auch in dieses Videomaterial. Und da sieht man, dass er natürlich ja viel medienerfahrender ist als seine Frau. Und die leben ja sehr privat und zurückgezogen. Also die haben beide ein Ehegelübde abgelegt. Die Trauung war ja auf Italienisch. Der Vater hat Italienisch gesprochen. Aber spricht Boris Italienisch? Also er nennt sie Amore. Wie weiter seine italienischen Kenntnisse reichen. Ich weiß nicht, sie sprechen Englisch miteinander. Und so wie Boris sich auch mit Elias auf Englisch ja auch unterhält. Ihre Ehegelübde haben sie auch auf Englisch abgegeben. Jetzt waren aber auch die Gäste ja auch sehr international, muss man sagen. Und ich sage das jetzt aber nicht auf Englisch, ich erzähle es euch auf Deutsch, was er gesagt hat. Also er fängt an mit Amore. So nennt er sie eben, auch entzückend. Von dem Moment an, als sich unser Weg kreuzte, wusste ich, dass sich mein Leben für immer verändert hatte. Du hast Liebe, Licht und Frieden in meine Welt gebracht, wie ich es nie für möglich gehalten hätte. Du hast mir die wahre Bedeutung von Partnerschaft gezeigt. Und gemeinsam haben wir eine Liebe aufgebaut, die stark widerstandsfähig und beständig ist. Heute stehe ich vor dir. Und jetzt gibt er ihr dieses Versprechen. Also, er sagt, ich verspreche dir, dich bedingungslos zu lieben, dich in allem, was du tust, zu unterstützen und dir bei allen Freuden und Herausforderungen, die das Leben mit sich bringen, zur Seite zu stehen. Ich verspreche dir, mit einem offenen Herzen zuzuhören und jeden Moment, den wir miteinander verbringen, zu schätzen. Du bist meine große Liebe, du bist mein Anker, du bist meine größte Inspiration. Bei dir finde ich eine Liebe, die einen dazu bringt, jeden Tag ein besserer Mensch sein zu wollen. Also, großes Kino. Großes Kino, da denkt man gar nicht, dass es seine dritte Ehe ist, wenn man diese Worte hört, muss man sagen. Also, er gibt nochmal richtig Vollgas und es soll für immer sein, offenbar. Sie haben sich auch, bis dass der Tod uns scheidet, versprochen sozusagen. Ist ja sehr untraditionell oder macht man heutzutage eigentlich eher selten, aber beide haben das so gemacht. Und auch Lilian ist in ihrer Rede ganz entzückend. Ich kann euch auch da nochmal einen kurzen Einblick geben. Sie fängt an mit Amore mio. Von dem Moment an, als ich dich traf. Ich wusste eigentlich nicht, dass ich mein Leben dafür immer verändern würde. Mit dir an meiner Seite. Ich habe gelernt, mich selbst mehr zu lieben, weil ich sehe, wie bedingungslos du liebst. Du gibst mir das Gefühl, einzigartig zu sein. Du gibst mir mehr Selbstvertrauen und du lehrst mich jeden Tag, wie ich meine Kraft nutzen kann. Und dann spricht sie auch die Herausforderung an, die beide eben gemeistert haben. Wir haben gemeinsam uns Herausforderungen gestellt, die unsere Liebe auf die Probe gestellt haben. Aber sie sagt auch, wie viel Sinn er in ihr Leben gebracht hat. Und sie verspricht ihm dann eben auch, ich verspreche dir, mit offenem Herzen zuzuhören und mit Ehrlichkeit und Freundlichkeit zu dir zu sprechen. Ich verspreche dir, das Recht, das wir teilen, zu schätzen und es nie als selbstverständlich anzusehen. Ich verspreche, dein Partner, dein Vertrauter und dein bester Freund zu sein in guten wie in schlechten Zeiten. Und dann macht sie auch so einen Scherz, hoffentlich mehr gute Zeiten. Und da haben alle gelacht, also es war ganz entzückend. Und sie will in dem Moment natürlich der Freude mit dir feiern. Sie will seine Hand halten, wenn er in Sorge ist. Also es ist das große Romantik-Kino. Und ich glaube, da blieb wahrscheinlich auch kein Auge trocken, wenn solche emotionalen Worte gesagt werden. Also es sind super schöne persönliche emotionale Worte, die ich Boris Becker nicht zugetraut hätte auf den ersten Blick. Aber umso schöner. Man hat das Gefühl, die beiden haben sich wirklich gefunden. Beziehungsweise, ja, was ja wirklich bewiesen ist, sie war ja wirklich immer an seiner Seite. Während der Insolvenz, während er im Gefängnis in England saß. Also das sind ja nicht kleine Dinge, sondern das sind wirklich Riesendinge, wo eine Frau auch erstmal sagen muss, hey, ich glaube an dich, ich unterstütze dich, ich bin für dich da und ich warte auch auf dich. Also ich meine, wir alle kennen auch die Fotos, wo sie jeden Tag an seiner Seite in diesem Gerichtssaal gelaufen ist. Und da war die Beziehung ja auch noch wirklich frisch. Das darf man ja auch nicht vergessen. Absolut. Aber bevor wir auf die Feierei eingehen, haben wir eine Sache vergessen. Natürlich interessierte uns immer, wie die Braut aussah. Was trug sie für ein Kleid? Kannst du uns sagen, welcher Designer? Gib uns alle Details. Also es hat mich ein bisschen an Lillys Brautkleid erinnert. Also an die Ex-Frau von Boris Becker. An die Ex-Frau von Boris. Also sie trug ein, sie sah zauberhaft aus, sie hat ja auch eine irre tolle Figur, sie hat ja Modelmaße. Sie trug ein weißes Bustierkleid mit einer kleinen Schleppe, nicht zu lang, also wirklich klein, dezent. Und mit einem weißen Schleier. Sie hatte die Haare relativ streng im Seitenscheitel nach hinten gebunden, zu einem Knoten. Und hatte einen Schleier, der bis zum Boden reichte. Und es sah ein bisschen feenengleich aus, muss man sagen. Es war dreilagiger Seidenschiff. Also sie hat sich wahnsinnige Gedanken gemacht über ihr Brautkleid und über die Symbolik. Und hat das Ganze selbst designt, gemeinsam mit ihrem Schuhfreund, Andrea Ravieli. Der arbeitet selber in der Modebranche als Creative Director. Und den hat sie, als sie damals eben noch weit davon entfernt, mal zu heiraten, hat sie gesagt, du, wenn ich mal heirate, machst du mein Brautkleid. Und jetzt war es eben soweit. Und sie rief ihn an und hat gesagt, du, Andrea, es ist soweit. Du machst mein Brautkleid. Oh, wie schön. Und was ja auch ganz nett ist, also sie hätte ja auch irgend so ein fancy Luxus-Label tragen können. Und hat sich dann aber halt wirklich entschieden. Das finde ich auch schön, ja. Finde ich ganz sympathisch. Auch ihr Versprechen, ihrem Freund damals einfach zu halten, ihrem besten Freund. Und dann gesagt hat, nee, also die Plattform ist ja auch eine Riesenplattform, muss man ja auch mal sagen. Die ganze Welt hat ja darüber berichtet. Genau. Du machst mein Kleid. Und dann haben sie das eben zusammen entwickelt. Und die beiden waren ja schon in der, wie gesagt, in der Schule zusammen. Und er hat sich da inspirieren lassen von einem Gemälde von René Magritte. Die Liebenden heißt es. Das ist ein Bild, auf dem sich zwei Menschen küssen. Aber die Gesichter sind mit weißen Tüchern bedeckt. Und das hat sie so ein bisschen gesehen für diese besonderen Drapierungen. Das ist so Chiffon, der in mehreren Lagen fällt. Und diese drei Schichten aus diesem Seidenschiffon, die symbolisieren für sie einmal die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Und weil das Kleid sehr weiß ist. Und das sieht sie als Zeichen eines unbeschriebenen Blattes, das jetzt für die gemeinsame Zukunft steht. Also sie hat eine große Symbolik in dieses Kleid hinein interpretiert und hat es getragen. Während der Trauung beim Abendessen weiß halt auch so frisch war, hat sie sich ein weißes Jackett dann überlegen müssen. Die haben ja draußen gegessen, dann in den Sonnenuntergang hinein, in die Abenddämmerung. Und dann war der Wind schon relativ frisch. Und zur Party hat sie sich dann nochmal umgezogen in so ein weißes Mini-Party-Dress mit einem Neckholder, um dann richtig feiern und tanzen zu können. Weil es ist ja so ein langes Kleid ein bisschen praktisch. Das machen ja heutzutage sehr, sehr viele Leute, die sich dann später nochmal umziehen. Genau. Und Boris trug ja einen weißen Smoking von Boss. Einer der Gäste war ja auch der Boss-CEO. Da gibt es auch eine enge Verbundenheit. Und er sah auch gut aus, muss man wirklich sagen. Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass er irgendwie abgenommen hat. Ich fand, er sah wahnsinnig schlank aus. Und er strahlt auch wirklich. Man muss sagen, er hat auf den Fotos, die wir haben, er ist ein richtig offenes, ehrliches Strahlen auf seinem Gesicht. Das stimmt. Also das ist auf jeden Fall keine Fake-Liebe. Das ist auf jeden Fall nochmal klar geworden. Und du hast es gerade schon angesprochen, man wurde natürlich noch gefeiert. Also das heißt, das ganze Dinner und die Feierei fand alles in diesem Kloster statt. Das fand alles in dem Kloster statt. Das ist ja eine riesige Anlage. Also mit verschiedenen Gebäuden. Es gab eine lange, ganz toll eingedeckte Tafel mit fantastischen Blumengestecken, Kerzenleuchtern und so weiter. Es gab ein Drei-Gänge-Menü. Boris war für den Wein verantwortlich. Also er hatte vorher den Wein verkostet. Das hat Lilien in seine Hände gelegt. Es gab unter anderem Kräuterrisotto und Thunfischfilet. Und gründer Höhepunkt war dann eben später, um 23 Uhr, die gigantische, vierstöckige, weiße Hochzeitstorte mit Rosen verziert. Eine Torte aus Creme Chantilly mit Wildbären. Hinten dran ging ein Feuerwerk los. Also es war, ja. Sie haben alles rausgeholt. Sie haben alles gegeben. Ja, ich verstehe. Aber es ist ja auch ihre erste Hochzeit. Absolut. Das darf man auch nicht vergessen. Er hat es ja schon dreimal gemacht, aber für sie ist es die erste Hochzeit. Und man kennt es ja, man hat ja seit man, also ich will es jetzt nicht pauschalisieren, aber die meisten Mädchen träumen ja von ihrer Traumhochzeit schon als kleines Mädchen und haben genaue Vorstellungen, was sie machen wollen. Und man kennt es ja aus diversen Filmen und Büchern mit Hochzeitstorte, mit Feuerwerk. Und klar, sie wollte natürlich sich da verwirklichen. Aber umso schöner, dass Boris ihr auch das gegeben hat. Ja, sie hat wirklich das bis ins Detail ganz toll geplant. Und die Gäste waren wirklich durchweg begeistert, was man gehört hat. Und wenn du schon die Gäste ansprichst, von wie vielen Gästen sprechen wir denn da? Und waren da auch Promis oder wer zählte denn da so dazu? Es waren rund 85 Leute eingeladen, also eher kleiner Kreis, war ja eben auch Familie. Wobei man sagen muss, Familie fehlte auch, vor allen Dingen auch auf Boris Seite. Seine Mutter war nicht da. Die ist gesundheitlich natürlich auch sehr beeinträchtigt mittlerweile. Für sie wäre das eine beschwerliche Reise gewesen. Vielleicht auch machbar, aber ist natürlich auch anstrengend, so eine mehrtägige Hochzeit. Von daher war sie eben nicht da. Wer auch nicht da war, sein jüngster Sohn Amadeus fehlte eben auch. Da gab es ja im Vorfeld Unstimmigkeiten bezüglich der Einladung. Amadeus hatte ja erstmal gar nichts gewusst von der Hochzeit und mehr oder weniger über Medien dann davon erfahren. Und das war dann alles, die eigentliche Einladung eher sehr kurzfristig ausgesprochen und dann auch nicht mehr umsetzbar, dass er kommt. Und zu Tochter Anna, also seiner Tochter, die er noch hat, ist das Verhältnis ja seit Jahren sehr schwierig. Und die war eben auch nicht da. Aber es waren eben genug andere Gäste da. 85 Leute insgesamt. Große Namen haben tatsächlich gefehlt, muss man sagen. Auch Wegbegleiter, von denen man dachte, sie werden mit Sicherheit da sein. Tennis-Kollegen von früher, Mats Wielander oder so, wo man sagt, es sind eigentlich enge, sehr enge Vertraute und Freunde von ihm. Hat man nicht gesehen. Es war da die Frau von Johannes B. Kerner. Johannes B. Kerner war selber verhindert. Es war viel italienische Society da. Es waren Models da. Es waren Fußballpaare da. Also wirklich gute, gute Society war da. Aber viel enge und langjährige Freunde auch von Lilien, muss man sagen. Die ja in Italien eben auch groß geworden ist. Ich hätte jetzt auch irgendwie gedacht, dass vielleicht seine erste Frau Barbara dabei ist, weil die beiden ja eigentlich ein ganz gutes Verhältnis haben. Und vor allem hat Boris ja das beste Verhältnis zu Noah und Elias, also den gemeinsamen Kindern. Aber gut, ich glaube, man will vielleicht auch nicht die Ex-Frau auf der Hochzeit haben. Sie war eingeladen. Ach so, sie war eingeladen. Ja, Barbara war eingeladen, hat sich aber entschieden, nicht zu kommen. Barbara hatte, glaube ich, Termine in Miami. Und die sehen sich aber ja regelmäßig. Der Lebensgefährte von Barbara Becker ist ja auch Italiener. Die wohnen gefühlt in Mailand ums Eck, wenn man das so in Mailand so sagen kann. Und sehen sich da eben auch regelmäßig. Also das Verhältnis ist gut, aber vielleicht will man den Tag dann eben auch der neuen Ehefrau lassen. Ja, das kann ich auch verstehen. Ja, okay. Also das Verhältnis ist natürlich immer noch ein bisschen angespannt, gerade zu Amadeus und Anna. Was ja eigentlich total schade ist, weil wenn der eigene Vater heiratet, wäre man ja eigentlich gerne dabei. Sollte man meinen. Ja, jetzt ist aber das Verhältnis ja auch zwischen Boris und Amadeus schwierig. Ich meine, das liegt auf der Hand. Der Junge lebt in England und geht da in die Schule, lebt 24-7 bei seiner Mutter. Und die sich ein Bein ausreißt für den und das alles finanziert. Das muss man ja auch sagen. Es ist nicht so, dass da der Unterhalt fließt. Da fließt kein Cent nach wie vor. Eine Zeit lang hat Boris Becker nach unseren Informationen Schulgeld bezahlt. Aber das ist immer schwieriger. Also die ganze finanzielle Unterstützung von Krankenversicherungen und alles läuft alles ausschließlich über Lilly. Und da ist natürlich auch eine ganz andere Bindung, da er darf nicht nach England einreisen. Also schon allein dieses Besuchen, wie besuchst du dieses Kind, ist schon schwierig, weil Amadeus muss immer ausgeflogen werden, um seinen Vater zu besuchen. Die haben zwar jetzt den Urlaub zusammen verbracht, aber der Junge ist ja auch kein Kleinkind mehr. Also der ist in der Pubertät und wenn der mit seinem Vater gerade Urlaub verbringt, die waren ja zusammen vor wenigen Wochen noch gemeinsam im Patchwork-Urlaub. In Portugal, ja. Ja, in Portugal und dann kommt er irgendwie zurück und er fährt ein paar Tage später, sag ich mal, fragt ihn seine Mutter, sagt mal, stimmt es, dass der Papa heiratet? Und er sagt, nee, keine Ahnung. Dann ist es halt irgendwie für so einen Jungen uncool. Ja, absolut. Wie du es gerade schon gesagt hast, da fehlt einfach die Bindung, die wahrscheinlich nicht aufgebaut werden konnte. Und da kann ich dann irgendwie auch verstehen, dass der vielleicht auch keine Lust hat, dann sagt irgendwie... Nee, das kann ich total verstehen. Also er ist ja nicht mehr fünf, verstehst du, dem du das dann irgendwie verkaufen kannst. Der ist 14 und checkt es dann schon auch. Ja, voll. Und du hast es ja auch gerade schon gesagt mit dem Finanziellen. Lilly stemmt eigentlich alles bei Amadeus. Jetzt klingt diese Hochzeit ja wahnsinnig pompös. Ich meine, du hast gerade schon von Porsche-Shuttles gesprochen. Da denke ich schon so, hm, hätte ja auch ein VW oder ein Opel sein können. In Italien-Fiat. In Fiat, genau. Das hat ja wahrscheinlich wahnsinnig viel gekostet. Ich meine, Hochzeiten sind allgemein teuer. Aber wie ist Boris Becker denn finanziell aufgestellt? Also kann er sich so eine Hochzeit leisten? Das hat ein Vermögen gekostet. Also die Hochzeit war traumschön und jeder, der schon mal ein Fest ausgerichtet hat, weiß, was das irgendwie kostet. Und ich sage jetzt mal, allein die Hotels, da lag das Doppelzimmer, in dem die Gäste untergebracht waren. Das haben die Gäste selber gezahlt, muss ich sagen. Lag vielleicht die Kinder, natürlich vielleicht nicht. Aber die anderen Gäste haben ihre Unterbringung selbst gezahlt. Das ging bei 1000 Euro die Nacht los. Also da hat man so eine Vorstellung, das potentiert sich dann ja relativ schnell. Aber Boris hat natürlich jetzt wieder Geld verdient. Man darf nicht vergessen, es passiert auch viel beruflich. Da ging es ja auch groß durch die Medien, diesen Deal abgeschlossen mit Netflix für diese Reality-Show im Dschungel in Costa Rica. Und dafür soll er ja auch eine, sage ich mal, sehr hohe Summe bekommen. Man spricht vom siebenstelligen Bereich, wo er in dieser Dschungel, ich rette mich aus dem Dschungel-Geschichte irgendwie mitmacht. Also von daher ist jetzt erst mal Geld da, um diese Hochzeit zu finanzieren. Und man darf ja auch nicht vergessen, er ist ja auch immer noch Experte gewesen bei Eurosport. Er hat ja auch immer noch Werbedeals und Sportschulen etc. Da ist ja schon immer so ein bisschen was, was reinkommt. Und weil wir ja natürlich nur von Boris sprechen, aber Lilian wird ja auch eigentlich Geld verdienen und hat einen Job. Was macht sie denn eigentlich? Lilian hat eine Firma in Italien gegründet, die Boris vermarktet. Sie arbeiten sozusagen Hand in Hand. Sie arbeiten Hand in Hand. Okay, verstehe. Und haben die beiden sich eigentlich, also ich habe vorhin schon gesagt, die beiden haben sich 2019 kennengelernt. Weiß man eigentlich, wie die beiden sich kennengelernt haben? Ja, die kennen sich schon eine Weile. Die haben sich über gemeinsame Freunde kennengelernt. Da gibt es viele Verbindungen. Lilian hat ja auch mal eine Zeit lang in Deutschland gearbeitet. Unter anderem auch in einer der Firmen von Franzi von Almsecks Mann, Jürgen Harder. Und da gibt es einfach viele Überschneidungen, sodass man sich dann eben irgendwann über den Weg gelaufen ist und daraus dann Liebe geworden ist. Ich verstehe. Ja, ich habe es vorhin schon kurz gesagt, beziehungsweise wir haben ja jetzt auch schon über die Ex-Frauen von Boris Becker gesprochen. Für Boris Becker ist es die dritte Ehe. Er war von 1993 bis 2001 mit Barbara Becker verheiratet. Und dann von 2009 bis 2018 mit Lili Becker. Was glaubst du denn? Ist es diesmal denn wirklich dieses Happy End für immer? Und warum passen die beiden vielleicht besonders gut zusammen? Ach, ob es für immer ist. Ich glaube, das glaubt man ja immer, wenn man heiratet. Also ich sage, schau dir Lothar Matthäus an. Er glaubt auch jedes Mal, dass es jetzt für immer ist. Also ich glaube, wenn du heiratest, fühlst du dich auf jeden Fall so, dass du erstmal denkst, das ist der Mensch, mit dem ich mein Leben jetzt weiter verbringen würde. Jetzt weiß man, nichts muss für immer sein. Das ist einfach halt im Leben so. Kann man ja auch niemandem vorwerfen, wenn man irgendwie merkt, die Gefühle sind nicht mehr da. Boris führt auf jeden Fall so ein bisschen einen anderen Lebensstil, als er das früher gemacht hat. Er ist ja wesentlich gesettelter geworden, ruhiger. Privater geworden. Ich glaube, da versucht sie ihn schon so ein bisschen runterzuholen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da noch passieren wird. Und die beiden bleiben aber in Mailand erstmal als Wohnen. Also haben die da ihren Hauptwohnsitz. Die haben da ihren Hauptwohnsitz mitten in der Stadt. Schöne Dachterrassen, also Penthouse-Wohnungen mit Dachterrasse. Da bleiben die erstmal wohnen. Das ist der Plan. Sehr schön. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, was noch passiert. Also im Leben von Boris Becker wird es ja nie langweilig. Und ich glaube, da werden wir noch einiges hören. Und wer weiß, vielleicht hat die Hochzeit die beiden jetzt auch nochmal beflügelt. Und bald wollen sie ihr großes Paar-Interview im Bunte geben. Das wäre auch mal wieder schön. Ja, aber bis dahin, bis zu dem großen Doppel-Liebes-Interview, gibt es jetzt erstmal die schönsten Fotos und alle Details von der Trauung bei uns im Heft. Genau, rennt alle zum Kiosk. Unbedingt. Nichts wie hin. Schön, dass du da warst, Steffi. Und uns ja, so viele tolle Details geliefert hast. Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Charlotte Casiragi, die Nichte von Fürst Albert von Monaco, steht seit ihrer Geburt in der Öffentlichkeit. Ein Platz, den sie alles andere als liebt, wie die 38-Jährige nun auch in einem Interview verriet. Sie stehe nicht gerne im Mittelpunkt und könne den Rummel um ihre Person auch nicht verstehen und hasse den damit verbundenen Druck als öffentliche und royale Person. Daher wollten wir mal in die Sterne schauen, ob sie ihr vielleicht helfen können oder ob ihr Sternzeichen ihr doch eher im Weg steht. Charlotte hat am 3. August Geburtstag und ist daher vom Sternzeichen Löwe. Als Löwe strahlt Charlotte eine natürliche Anziehungskraft und ein inneres Feuer aus, das sie zu einer wahren Königin macht. Löwen sind bekannt für ihre Kreativität, ihren Mut und ihre Fähigkeit, im Rampenlicht zu stehen. Doch hier kommt der interessante Twist. Trotz dieser strahlenden Eigenschaften ist es nicht ungewöhnlich, dass die 38-Jährige auch eine gewisse Schüchternheit an den Tag legt. Wie passt das zusammen? Nun ja, Löwen haben oft eine tief verwurzelte Sensibilität. Sie sind leidenschaftlich und voller Energie, können aber gleichzeitig auch sehr verletzlich sein. Charlotte könnte sich manchmal in sozialen Situationen zurückhalten, weil sie die Erwartungen, die an sie gestellt werden, spürt. Und diese Schüchternheit könnte sie dazu bringen, sich in bestimmten Momenten zurückzuziehen, während ihr Löwenherz gleichzeitig nach Anerkennung und Liebe strebt. Aber in diesem Jahr stehen die Sterne günstig für Charlotte, um ihre Schüchternheit zu überwinden und ihr wahres Ich zu zeigen. Unser kosmischer Tipp an Charlotte Kassiragi daher. Es ist die perfekte Zeit, um neue Wege zu gehen und dich in deiner Kreativität auszudrücken. Mit neuen Projekten, die dir am Herzen liegen, lässt es sich auch viel leichter in der Öffentlichkeit stehen. Und auch wenn man das Label als Royal natürlich nie ganz ablegen kann, nutze es für deine Leidenschaft, Charlotte, und richte das Scheinwerferlicht auf die Dinge, die dir wirklich wichtig sind. So, das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und hinterlasst uns gerne eine Bewertung, da würden wir uns auch mega freuen. Und ja, wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, zum Beispiel zu einem speziellen Thema oder einem prominenten Gast, dann schreibt uns gerne. Entweder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal an bunte-magazin oder per Mail an buntemenschen-at-burda.com alles zusammengeschrieben. Jetzt freue ich mich erstmal auf nächste Woche. Tschüss! Und jetzt noch unser Podcast-Tipp. Wer von Königshäusern, Royals und Adeln nicht genug bekommen kann, der sollte bei Palastgeflüster reinhören. Thomas Brinkmann und Larissa Järgen sprechen jeden zweiten Freitag darüber, was sich hinter den royalen Mauern so abspielt und ordnen die Ereignisse für euch ein. Palastgeflüster. Jeden zweiten Freitag neu. Jeden Donnerstag. Bunte Menschen. Der Promi-Podcast. Jeden Donnerstag.